Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 6. Juli Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch heiligt. 3. Mose 20, Vers 7 und 8 Das sieht ja aus, als wäre Gottes Wort hier an Stottern gekommen. Heiligt euch, denn ich heilige euch. Ja, das scheint geradezu ein Widerspruch zu sein. Aber im Wort Gottes gibt es kein Stottern. Nur fasst unser Geist die göttlichen Wahrheiten nicht so schnell. Ja, was hier steht, fassen wir überhaupt nicht mit unserem Intellekt. Aber wir erleben es, wenn wir anfangen, ernst zu machen mit Gott. Wer innerlich erwacht ist und Gott gehören will, der möchte von Herzen gern Gottes würdig werden. Er möchte heilig werden. Da fängt man dann an und gibt sich Mühe, seinen Stolz, seine Launen, seine Unreinheit, seine Trägheit, seine Ich-Sucht, seine Lügenhaftigkeit und vieles andere noch zu überwinden. Dabei macht man eine unheimliche Entdeckung. Es wird nichts mit dem Heiligwerden. Im Gegenteil. Es sieht aus, als wenn die Sünde in uns nun erst richtig anfangen wollte, Macht zu gewinnen. Schließlich gerät man in eine tiefe Verzweiflung, in der man seinen verlorenen Zustand erkennt und am liebsten Gott vergessen möchte. Aber nun fängt Gott an. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Er zieht uns zu seinem lieben Sohn. Wir blicken den Heiland am Kreuz und entdecken. In ihm sind wir, ohne alles tun, gerecht gemacht, heilig und Gottes Kinder. Da glaubt man von Herzen, überlässt sich ganz diesen Erlöser und nimmt ihn in sein Herz auf. Und nun fängt Jesus im Herzen an zu wirken. Er wirkt durch den Heiligen Geist die Werke Gottes, die wir nicht tun konnten. Er heiligt uns. Herr, wir wurden müde in unseren eigenen Wegen. Nun danken wir dir, dass du Sünder gerecht und heilig machst. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich. Geist. Untertitelung des ZDF, 2020